Hallo Herr Tauber, der Bundesvorstand hat ja heute den Antrag beschlossen, meine CDU 2017, die Volkspartei. Was sind denn die wichtigsten Punkte? Als erstes wollen wir das Mitgliederprinzip auf Kreisebene fest verankern. Zweitens, wir wollen den Frauenanteil unter den Mitgliedern bis zum Jahr 2020 auf über 30 Prozent erhöhen. Wir führen ein Antragsrecht für Mitglieder auf dem Bundesparteitag mit einem fest verankerten Quorum ein. Darüber hinaus wird es einen Mitgliederbeauftragten geben von der Stadtverbandsebene bis hin in den Bundesvorstand. Und wir wollen auch was tun für die neuen Mitglieder, zum Beispiel ein schnelleres Aufnahmeverfahren, damit man schneller in der CDU aktiv mitmachen kann. Das sind jetzt nur fünf Punkte, aber es gibt noch ein paar mehr. Und wie geht es damit jetzt weiter? Naja, jetzt hat der Bundesvorstand, nachdem die Kommission schon im Juni beschlossen hat, dieses Papier auf den Weg zu bringen, ebenfalls eine Zustimmung erteilt. Das Papier geht jetzt in die Partei, wie man so schön sagt, zur Beratung. Die Mitglieder, die Verbände können Änderungsanträge stellen, unter anderem auf CDU+. Und dann werden wir das Papier auf dem Parteitag in Karlsruhe im Dezember beschließen, beraten vorher natürlich. Und dann geht es an die Umsetzung. Also es wird nochmal ein spannendes nächstes Jahr unter dem Gesichtspunkt. Und wie wird die Debatte neben dem Antragsverfahren weitergeführt? Es wird viele Veranstaltungen geben, in den Kreisverbänden, in den Stadtverbänden, Jens Spahn, ich, die anderen Kommissionsmitglieder. Wir stehen dafür auch gerne zur Verfügung. Wir werden in den Zukunftskonferenzen, die die Partei organisieren wird, sicherlich auch über die Parteireform reden. Dann werden wir eine digitale Fachkommission, also eine Online-Beteiligung demnächst durchführen. Und dann wird es sicherlich auch auf dem Mitgliederkongress, den wir eigentlich zum Schwerpunkt Digitalisierung machen, auch nochmal ein Gegenstand der Debatte sein. Denn schließlich geht es bei der Zukunft der Parteiarbeit auch um die Frage, wie wir die Digitalisierung nutzen können, um die Mitglieder stärker einzubeziehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.